Hier bin ich auch wieder zurück in der nächsten Folge. Entweder ist das hinten dran, wenn ich das mit den Einstellungen richtig hinkriege, oder es ist eine einzelne Folge. Ich nehme mal Koppelsang vom Kev, gerade. Oh, mir leckt es gerade ein bisschen. Genau, du baust ab, ich setze. Ich wollte mal ein Backpack machen, ne? Um mehr Sachen zu trinken. Die funktionieren ja nicht. Ja, das habe ich auch gemerkt, die funktionieren nicht. Wir hatten noch gemacht, du baust ab, ich setze. Aber ich habe die ganzen Steine im Inventar. Ja, ich habe auch total viele. Ja, klar. Ich kann da nicht sitzen. Geh mal kurz da weg. Ja, jetzt geht's gut. Du hast einen Steiner vergessen. Und hast du da gerade... Nee. Nein. Nein. Mann, wie kommst du denn auf solche Ideen, mal ganz ehrlich? Boah, bei mir leckt es gerade wirklich. Also wenn ich gleich wieder runterfalle oder abschmiere, dann wisst ihr, was passiert ist. Hat mein Internet jetzt scheiße? Nein, mein Internet ist nicht scheiße. Dein ist wohl scheiße. Nein, meinst du voll gut? Ich sitze genau neben den Routern, ne? Okay, das hilft, aber grotzt dir nicht. Ich glaube, jetzt einmal mit dem Magneten hier durch das Feld. Gucken, wie viele Steaks eigentlich zusammen bekomme. Wie, Magnet? Hast du einen Magnet? Ich nicht, zum Glück. Du hast einen Magnet, du hast immer einen Magnet, aber der ist nicht an. Halb, äh, bekommen... Du hast da so einen Drax vergessen. Ups. Oh, wow. So viel. Kann man sagen, irgendwie kaufen, Lade? Ja, kennst du. Für einen Kaktus 16 Sand oder so. Ja, ich hab zwei Kaktäne. Ich wollte mir eh Sand holen. Komm her. Boah, hier leckt es gerade ziemlich. Leckt ein Kaktäne. Hier. Weißt du? Ja, hier. Danke. Kein Problem. Ich hab ja... Oh, ich muss den Quest dann auch noch abgeben, aber erstmal fang ich mit dem Haus jetzt mal an. Okay. Warte, nein. Ich hab nur geblockt, falls du schlägst. Ähm, oben auf dem Haus, gell? Hat noch jemand eine Axt für mich? Kann mal jemand so eine Axt auf Unbreaking verzaubern? Ich kann irgendwie nicht verzaubern. So kannst du. Dann hast du die Quest, die du dich noch nicht so weit hast. Will ich die Quest machen? Ey, jemand, warte, drück mal C im Inventar. Das macht nix. Doch. Ach so, doch, das sortiert das. Nein, C. Jetzt. Äh, X. X. X im Inventar. Man umsonst verzaubern. Mach das nicht. Hä? Hier, X. Verzaubern. Drück mal E und dann X. Ja, ich weiß, aber ich will jetzt nicht verzaubern. Hä, wie komm ich jetzt hier wieder raus? Das ist Cheaten. Wie komm ich denn jetzt hier wieder raus? Ich will auch so nicht verzaubern. Woraus denn überhaupt? Apu. Aber wenn du mit C im Inventar klickst, dann kriegst du... Ja, aber wenn du E mit C drückst, dann wird dein Inventar sortiert. Kannst du auch mit mittlerer Maustaste oder mit R. I didn't like to trade. Aua, Tanu. Ich hab dich schon gesehen. Das war ein Zombie. Er hat sogar sein Kopf unterwegs. Ich hab mit der Hand geschlagen. Mein Schwerd macht mehr Schaden. Mein Bogen auch. Nein, du schießt mich jetzt nicht mit deinem Bogen ab. Was war uns gelernt? Eindeutig. Dein entschahnt hat ein Bogen mit. Und das heißt, du musst auspassen, ab sofort schießen Skelette auch mit Feuerpfeilen. Ach so, okay, gut zu... Oh, danke. Gut zu wissen. Leute, ich bin gegen den Baum geflogen und durchs Blocken... Das ist kein Baum. Das ist mein Haus. Ja, ein Mauer. Das ist scheiß Teil. Los! Nein, nein, nein. Ich krieg ihn. Oder auch nicht. Irks. Ich hab dich gegenseitig getötet. Tja, OP. Nicht töten! Bei mir leckst du grad. Hör auf. Tadde, du Hund! Hilfe! Ist er tot? Wo ist dein Schwert verzaubert? Nein! Nein, Tadde! Wo verzaubert man die Sachen? Ja, hinten. Ich muss aber erst ein Feist abschließen. What the fuck? Bei mir leckt das mega, wenn ich schiebe. Hilfe! 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 Oh, da ist eine Melone gewachsen. Ich ernte die mal. Nicht töten! Ich wollte die jetzt ernten. Hallo! Ich bin für dich. Ich ernte dir. Alter, du stehst gerade bei mir einfach nur in der Luft rum. Ja, meinst du bei mir oder wie? Du bist bei mir da einfach rumstehen. Warte mal, ich geh kurz vorm Server. Bist du OP? Ey, du geht das ja da. Ähm, nein. Der Server lag, du kannst kein Item droppen. Du wirst wahrscheinlich crashen. Ähm, ja, der ist gecrasht. End of Stream. Ich komm nicht mehr drauf. Du bist bei mir noch drauf, Angst. Ja, der Server hat mega crash. Oh, Alter. Ich hab dich mit der Hand geboxt und dann ging's wieder. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen, sag ich und dann tschüss. Hallo und hier sind wir auch wieder zurück in der Aufnahme und die Jungs streiten sich immer noch. Alter, ich komm nicht. Ich will die Melone. Der Melone. Ich hab dein Kürbis sogar bekommen, Scribe. Oh, Vorsicht. Hab dich getötet. Weil du so böse zu mir warst. Warte. So, das dreht. Rechne nicht. Nein, jetzt geh weg. Nein, bitte, hör auf. Was kreist du? Ich springte von alleine. Ja, sonst, ich will nicht, dass du Kills kriegst. Ich sterbe lieber alleine. Alter, wer... What the fuck happened? Ja, töte ihn. Das hab ich weggebaut. Was? Das hab ich weggebraut. Geh mal in mein Haus. Da ist ein Kürbis hier. Den hab ich da hingesetzt. Ja, und sonst... Hab ich echt nichts gemacht. Diese Fick-Kurbel. Ich hab ein paar Blöcke. So drei, ähm, drei Mabel und drei Basalt-Kurbiston. Geh weg! Ihr fliegt schon. Au! Jeez! Oh. Na, ich geb dir die Blöcke, komm her. Brauchst du ihn nicht mehr. Ich hab meinen eigenen. Da hast du ein Zombie neben dir. Schön für den Zombie. Ich stirb Zombie. Kann mich mal, der Zombie. Ich hab den Zombie für dich gezötet. Ich setz dann mal die Blöcke dahin. Ja, mach mal. Wenn du dich nicht schlafen hast. Ich setz dann nur Blöcke hin. Ja. Hast du mal gesehen, was das für behinderte Blöcke sind? Das sind eiskalt die falschen Blöcke. Okay, ich setz die weißen dahin. Hier in die Löcher, ne? Ja. Aber, okay, ich geh nicht mehr in dein Haus, okay? Ja. Dann brauchst du mich auch nicht mehr zu töten. Ja, das ist schon mal eine Idee. Taddle, mach mal was. Der tötet mich. Der tötet mich schon wieder. Ich will auch mal vorankommen. Hab ich gar nicht. Nein, du rennst nur auf mich zu mit dem Schwert und würdest mich schon wieder töten. Da ist ein Creeper. Schön für den Creeper. Ja, der ist aber auf dem Feld. Schön für das Feld. Ja, schön für die Tiere. Explodieren. Oh ja, gute Idee. Aber am besten nicht so nah in der Nähe von dem Kühn. Haben ihn getötet. So, für irgendein Tier ist gestorben, so ein Good Lady so richtig. Denn es ist kein Tier gestorben. Schade. Schade. Ich mag es, wenn die Tiere füren. Können wir einfach auch durchgehend auf, oder wie? Ja. Scheint mir so. Solange es nicht irgendwann abkackt, gleich. Nämlich auch weiterhin. Ich mag es, dass ich wieder nicht generiere. Oh, das ist ja nicht so gut. Lüchel ich habe gerade gucken wie es aussieht und tun so als würde ich fliegen weil ich immer einen Cheat Modus baue deswegen ich sage jetzt gerade, du Cheat das glücklich wenn ich jetzt nur einen Saft den Kicken bekomme, das wollte ich je nachmachen Ge weg ich wollte dich vorhin kicken nein, wieso? einfach so, weil ich dachte, du kommst nicht vom Server Taddle ich habe deinen Pfeil gesehen hast du mal auf damit? wow jetzt höre ich auf jetzt verpiss dich wir haben gesagt, du gehst von meinem Grundstück und du bleibst bei dir, okay? wir haben nicht gesagt, dass ich von deinem Grundstück gehe ja jetzt ist das aber so Taddle, hilf mir, er kommt schon wieder tut mir leid, dass ich zur Mob fahren wollte und dann eigentlich ja, 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 ja hätte ich jetzt auch gesagt nun das sieht alles scheiße aus ja auch gebaut nein, es ist nun mal so ja auch gebaut ich setze es jetzt einfach da wohin, das passt schon okay, nein, da muss noch so geht dir immer nur gut ein, dann wirst du dich auch daran gut fehlen ja, so ist es nun ein bisschen besser wo ist jetzt der Eingang? den Eingang machen wir jetzt dahin geh weg Taddle äh Taddle, ach Scream hä? Taddle, sag dir mal was ich darf jetzt noch nicht mal an meinem Haus bauen nein, du war gelitten Taddle, was machst du gerade? ich hab mir grad ne DAP-Gags gemacht ja, ja, Taddle, cheater nein, ich hab Minium Stone, ich werd's dann schon als Obsidian abbauen ja, ja, Taddle, du cheaterst ja, kannst gerne dann meine Aufnahme Fick dich alter okay, Frieden juhu okay, jetzt Frieden ja, okay, jetzt Frieden Niemand ich hab keinen Bock mehr du hast mich doch die ganze Zeit bei einem Obsidian durch das Baum gestopft ja, ja, ja guck mal hier, wer hat mich da vor die ganze Zeit gekillt? wer hat das? Hanno Mudo was lame bei Captain Timor, Hanno Mudo was shoot bei Captain Timor ja, das kann nun auch mal passieren, so ganz aus Versehen nicht alle guck, hab ich doch gesagt, das kann ganz aus Versehen mal der Bogen, also der Pfeil da ausrutschen ja und dann stört man halt müssen wir auch noch fliegen, müssen noch mal fliegen ich hab nix gesagt, ich baue jetzt einfach hier wir haben gesagt Frieden und oh, Alter boah, hier ist der sich ey Kult für den F1 dann wird's oben heller wirklich wenn du hoch in die Luft guckst ne, dann wird's oben dunkler warte Luchen haben gesagt Frieden du hast dich ungebürt ich weiß, dass wir dich nur noch ein halbes jetzt haben ja, das ist nicht mein Problem ja, das ist nicht mein Problem bestimmt wieder beschweren, weil wir so auf Schlamm gegangen sind. Ah, ich wäre bei einer runtergefallen. So kann man das lassen. Nein, noch nicht. Da muss noch einer. Die wollen mich, mögen mich nicht mehr. So, so können wir das lassen. Funktioniert das so nicht? Wieso funktioniert denn das so nicht, wenn da... Brian, kann man... Ja, was willst du machen? Wenn ich da jetzt einfach gerade die Lava runterlaufen lasse, funktioniert das dann nicht? Äh, doch eigentlich schon. Also bis Out of Map? Oder muss ich da unten den Kabel so drin lassen, wie er jetzt ist? Oh nein, ich muss glaube ich gleich niesen, das wäre jetzt voll scheiße. Ja, ja. Und dann... Wollen wir mal, ob es jetzt wieder mehr wird? Ja, okay. Ich werde deinen Kopf... Oh, ich habe ihn nicht bekommen. Oh, ich kann auch mein Schwert gar nicht Vorpall verzaubern. Wie ist das schlecht? Ich gehe jetzt nur über den Treterschwert. Oh, deutlich. Äh, ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll, weil ich mit TomCraft nicht weitermachen kann. Beziehungs, äh, will. Kein Haus. Ich baue kein Haus, wie gesagt. Doch, ich wollte doch darum für dich ein Haus, weil der eine einfach weiter. Äh, ich baue da nicht weiter, nein. Nein, Hadomundu, ich möchte nicht sterben. Hab immer Angst vor dir, wenn du so auf mich zukommst. Oh, nur jemand da sein. So. Meine Axt ist da und essen vielleicht. Was machst du da? Brauchst du Rottenfleisch? Nein, ich habe schon. Hab jetzt 64 Leder. Wofür brauchst du 64 Leder? Ich wollte mir noch einen Rucksack machen und da habe ich mir wollten, vielleicht gut, den habe ich, die habe ich im Ofen vergessen, jetzt habe ich so viel Leder. Hätte ich dir aber auch sein können, dass das nicht geht. Das sagst du wirklich so viel. Und es geht dir Heft so ungefähr nicht. Ach, das schläft. Wieso liegt das am Server oder liegt das ans Guiden? Ja, das liegt ans Guiden. Ah. Gut, dass gerade Tag ist, da können ja keine Zombies spawnen. Guck mal, warum wir die Mob feiern, dann weißt du, dass oben das bauen können. Ja, okay, aber ich meine jetzt, hier beim Haus wird, dass ich hier erstmal nicht ausleuchten muss. Alter, wie voll gemüllt man in den Kasch. Meins ist auch ziemlich voll gemüllt, aber ich behalte das einfach erstmal alles drin. Oh, das ist ja nicht so, dass ich hier irgendwo beim Bauen helfen oder sowas. Hm, keine Ahnung. Du könntest, hier mache ich ja so eine Holz, ne? Und nochmal ein bisschen Fichtenholz farmen vielleicht. Ja, wir brauche ich eigentlich nicht. Ich mache dann halt, ich mache dann immerhin noch Spanner, Spanner. Und Marble könnte ich noch gebracht, aber ich weiß nicht, wo ich das herkriege. Wo was kriegt man das Kabel oder Clean Storm Skull? Was? Marble kriegt man für Kabel oder für Clean Storm? Kabel, eins der Kabel, 16 Marble. Und wenn noch jemand Basalt braucht, hier oben drin sind noch zwei Stacks Basalt. Fichtenholz brauchtest du, oder? Ja. Oh, ich brauche mal. Alles klar, alles klar. Alles klar, alles klar. Wo ist denn das Kabel? Ja, also, wenn du fertig bist mit dem Fichtenholz, habe ich sogar noch eine Aufgabe für dich. Weil wenn du eh nichts zu tun hast, hier einfach die Plattform vergrößern. Ja, Toll hat aber auch nichts zu sagen, Alter. Ne, ich rede nicht hier. Da hast du recht. Das, da muss noch eins vor. Ich wollte gerade mit dem Schwert das schöne Bäumchen hier fällen, aber... Hm... Da muss das ja... Schwichtenhauter setzen. So, wo wollt ihr denn nach hier drüben... Ja, einfach nach da erweitern. Hm, und wie weit? Weiß ich doch nicht. Ein bisschen halt. Aua. Und nach da... Nein! Oh, ich hab schon gedacht, ich spring hier runter. In diese Richtung auch ein bisschen. Und nach da... Wir können ja machen 10 nach da und 10 nach da, das reicht eindeutig. Irks. Mein Haus ist ziemlich klein, guck mal. Das kann ein Komma her. Ja, ich... Nein, wir sind das jetzt. Komm jetzt. Alter! Ich hab dich nicht getötet. Ja. Jetzt aber. Tadel, hilf mir. Komm, Alter, du warst die Waffe, die tötet mich, und dann fragen sie nicht, ob du selbst. Du sollst nur gucken, ob mein Haus zu klein ist, du sollst mich nicht töten. Tadel! Du musst den noch ausleuchten. Nein, 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 du musst dir ausleuchten. Hau ihn einmal, da ist er tot. Ich hab's nicht mehr geschafft. Ich muss dir noch ausleuchten. Ich müsste mal springen, dass ich dich nicht treffe. Nein, ich mein jetzt von der Größe einfach nur, ob das so okay ist. Ja, ich hab dir dort ein Stack Marble reingelegt. Okay, nicht töten. Ja, zwar nicht töten, hast du gehört? Ja, ich bin ein Stack Marble reingelegt.